System Survey complete. Aber dann triffst du mich gleich da oben. Die Slap No Remnants, erbärmliche Kreaturen, wisst ihr, dass wir die Sterne schon seit Eonen bereisen, bevor eure unglückselige Spezies überhaupt nicht Raumfahrt meistert? Sollten eure erbärmlichen kleinen Schiffchen verhagen, in unseren Raumbereich einzufliegen, dann rechnet mal schnell mit ihrer Rückkehr. Eintwortsmöglichkeiten. Als Einheit werden wir euch verliehen. Oder geplante Terminierung verschoben. Ja, komm. Aber sie interessieren uns nicht für unsere diplomatischen Blabla wenig. Ach, das ist ein gefallenes Reich, den ich da gefunden habe. Alles klar. Wow, das ist nicht gut. Das ist vielleicht, dass es direkt neben mir ist. Nein, nein, das ist südlich von mir. Ich forsche in jede Richtung. Und, ich sag's mal so, lieber ein gefallenes Reich, als, äh, dass sich in der Regel eigentlich alles ignoriert, als irgendwas anderes. Äh, auch, hier brauchen wir den Mist mal wieder was zu bauen. System Survey Conflict. Das ist ja eine Republikation hat natürlich auch den Nachteil. Man bekommt ständig neue Bewohner, die man irgendwie haushalten muss. Alle sieben Sekunden verliebt sich ein Botter auf, ähm, Next Date. Elite Bot 24. System Survey Conflict. Ja, genau. Okay. Du bist wahrscheinlich die Omikron Aliens. Ich vermute mal, nachdem du gerade in Poddox angekommen bist, dass du das bist. Mit zwei Schiffen. Und die Beth Aliens. Okay. Hast du überhaupt mit dir Kontakt auf, also überhaupt diplomatisch Kontakt auf dem Kahn, musst du das ja sein, ne? Naja gut, erforschen kannst du jede Spezies. Du wirst halt nur, nur mit bestimmten Spezies einfach nicht reden wollen. Also außer, die ihre, ihre Mechaniken und Eigenschaften werden, den unseren hinzugefügt werden. Irgendwie sowas. System Survey Conflict. Vier Gasriesen von einem, Moment. Vier Gasriesen, die von einem riesigen Plasmafeld umhüllt sind, befinden sich in einer engen Umlaufbahn um den Kern des Tirana-Wechs-Systems. Das geladene Plasmafeld reicht weit in die Atmosphäre dieser Gasriesen hinein. Diese einzigartige Umgebung dient als ideale Brutstätte für eine große Anzahl von Weltraumorganismen. Die Organismen sind alle winzig klein mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Riesige Kreaturen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Obwohl wir nur wenige Daten über sie besitzen, scheinen sie häufig bis tief in die Galaxis hinein vorzudringen. Wenn wir ihr Wesen studieren, finden wir eventuell heraus, was sie in dieses System lockt. Und ob sie auf irgendeiner Weise von uns vernutzen sein können. Ich habe keine Ahnung, aber... Habe ich alles falsch? Das ist das Tirana-Wechs-System. Kommt, da will ich rein. Wow. Das ist ein Special-System. Planetary Surface Settlement erstellt. Ah, jo. Construction complete. System survey complete. Aber nachdem du gerade ins Pollock-System reingekommen bist, vermute ich mal brauche ich da nicht viel weiter forschen. Oh. Oh. Ich konnte keine Basis bauen, weil ich da aus Versehen Schiffe von Baus. Ah, das macht Sinn. Eine Raumfahrtzivilisation entdeckt. Ja, dann gucken wir doch mal. Was können denn Raumfahrer? Und wie Wecker sind sie? Ah, verdammt, falsche Spezies. Snack. Ja, sie ist ein guter Snack. Das musst da wohl du sein. Halt. Ach, die Yankees sind's. Ach, die komischen Weltraumwale. Ja. Ja gut, dass die groß sind. Aber ich habe noch nie ein Hauptsystem entdeckt. Bis jetzt. Das ist zwei Sprünge von Pollux weg. Nein, das meine ich nicht. Ich meine Tiana weg. Das ist ein bisschen weiter weg. Das habe ich auch nicht. Ja, das habe ich entdeckt. Achso, du meinst das Hauptsystem der Yankees. Der Yankees, genau. Ja, das gab es früher auch nicht, glaube ich. Planetärerflusssettlemente eröffnet. Das ist ein bisschen weiter weg. Wuhu, eine weitere Kolonie. Woh. Wenn ich das so sehe, habe ich sogar für zwei weitere Kolonien und habe eine aus Versehen über... äh, ignoriert. Tatsächlich. Systemsurvey complete. Ich frage es, was wir jetzt mit den Yankees machen können. Essen. Die schmecken doch nicht. Bisschen zäh. Ja. Construction complete. Zum Weltraum war mit Bock-Implantaten. Fügt zwei Einblicke hinzu. Die primitive, im frühen Raumzeit, äh, Fahrzeit, äh, die Veranz. Dann wird es doch, glaube ich, mal Zeit, dass ich, ähm, Armeen baue. Systemsurvey complete. Solange ich das nicht bin? Du bist ja auch nicht organisch. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Äh, das macht dich schon wieder verdächtig. Die Aussage. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Widerstand ist weg. Ich bin es nicht, Widerstand ist weg. Was? Nee, dann bist du ja safe. Solange du nicht organisch bist, ist alles okay. Nein. 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 Kolateralschaden, klingt doch gut. Ja, mir fehlt Einigkeit. Konstruktion complete. Oh, hier fehlen Bewohner Hütten. Oh, mir fehlen jetzt ausnahmsweise meine Mineralien. Anomalistische Verteidigung detectiert. Na dann. Da kommen bösartige Pi-Aliens auf mich zu. Konstruktion complete. Also, mein UI sagt, sie sind bösartig, weil sie rot sind. So, und jetzt sind sie wieder gegangen. So, wir haben einen Asteroiden. Ein bösartiger Asteroiden. System survey complete. So, was ist das? So. System survey complete. Ach, da komme ich nicht hin, weil da der Asteroid im Weg ist. Ja. Das, das Schiff wagt sich nicht durch, weil da ein bösartiger Asteroid ist, der den verletzen könnte. Der das Schiff kaputt machen könnte. Kann ich schon verstehen. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie viele Zivilisationen hier sind, aber abgesehen von dem gefallenen Reich habe ich mir jetzt noch keine wirkliche Weltraumzivilisation getroffen. Ja, mit die Pi-Aliens. Das ist halt Konstruktion complete. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich fürchte nur, dass wir dann irgendwann irgendwo eine fortschrittliche KI finden, zwangsweise. Das könnte tatsächlich passieren. Das ist halt nicht so, wie viele Zivilisationen hier sind, aber nicht so, wie viele Zivilisationen hier sind. Ah, die Dara eliminatoren. Technologische Akkuisition erfolgreich. Ziel nicht als organisch identifiziert zurücktreten. Kann ich leider nicht auswählen. Aber ich? Geplante Terminierung verschoben. System survey complete. Wo denn, bitte? Ich muss mal kurz Pause machen, ich habe zu viel auf einmal. Ach, da. Ja, ist okay. Ah, da geht's nicht weiter. Mach mal die Grenzen auf. Ein abtrünniges Verteidigungssystem. Sehr schön. Das bin ich. Ja. Okay. Und Fresh, sei gegrüßt. Hallo. Wie geht's dir? Was habt ihr gespielt? Was gab's zu essen? Oder was gibt's zum Essen? Äh, Grenzen öffnen. Naja. Das können wir ja noch so, äh... Botschaft. Gib gleich Essen. Gib gleich Essen. Krieger klären, anspruchsvollstellen. Nichts Ankunftsverbrechen. Handelsabkommen. Äh... Nee, wo war ein Forschungsdingsbums? Können wir nicht? Äh... Dafür müssen wir unsere Beziehung noch positivieren. Oder jemanden hinschicken, der es macht. Ja. Wo soll ich denn sonst hinschicken, weißt du? Stimmt auch wieder. Ja. Okay. Ich hab dir jemanden geschickt. Ja, ich auch. Gut. Kann weitergehen. Dann mach ich mal deine Pause weg. Ja, mach du mal meine Pause weg. Die ich gemacht hatte, ja. System Survey complete. Ja, dann kann ich das Schiff jetzt auch da durchschicken. Okay. Okay. Ich habe eine Wächtermatrix gefunden. Ja. Das ist das zweite gefallene Reich. Das ist bei dir in der Ecke. System Survey complete. Gut. Damit kenne ich jetzt den einzigen Mitspieler, den ich habe. Und zwei gefallene Reiche. Es kann nicht besser werden. Oh je. Es kann lustig werden. Ja. Spätestens, wenn ihr feststellt, weil es gibt kein anderes KI-Reich. Das ist ja... Ich habe hier oben noch eine Aliens-Spezies, die Upsilon-Aliens. Kennst du die schon? Nein. Ah, da forschen wir die mal. Juhu. Ah, ich habe primitive Aliens gefunden. Oh, ich habe ein Lurmloch gefunden. In Apliad. Und da sind noch gleich Teth-Aliens. Und das ist wahrscheinlich hier. Da das so eine Festung ist. Warum fliegt der einfach durch und erforscht dich bitte? Blödes Erkundungsschiff. Ja, wer weiß, was das ist. So, ich baue jetzt mal Strukturen complete. Ich bin schon bei 15 Korvetten. Baue jetzt noch mal eine Charger. Also, ich habe mir vorsichtshalber gedacht, ich baue mal welche. Mhm. Aber dann würde ich sagen, ich bereite mich mal nicht weiter nach, äh, nach oben aus. Das kann ihm die Spoiler-Level hin. Ja, schick doch mal ein paar Drohnen rein. Weil ich habe hier lustigerweise ausnahmsweise ein Problem geflogen. Anomalistische-Variable detectiert. Planetary-Settlement-Procedure initiiert. Oh, oh. Was? Ich habe hier ein System. Da sind auf der... Also, in einem System ist eine Alienspezies und ein Sternentor und ein... System für die Wurbelung. Und im nächsten System ist ein Sterntor. Also ein L-Tor. Okay. Ja, ich habe die Iri-Bot gefunden. Uralte Aufseher. Ja. Gestaltbewusstsein. Das andere gefallene Reich. Die mögen sie übrigens nicht, wenn man Leute exterminiert. Das ist ja toll. Ja. Technologische Erkursung erfolgreich. Achso, ich meine, das ist natürlich ihr Pech. Richtig. Aber nachdem wir jetzt erstmal nur, ähm, nicht... Also, nur reine mechanische Freunde sind, ist das ja erstmal egal. Unsere Liebe ist nur mechanisch. Ja. Es klingt falsch. Ich habe ein Ghost-Chip gefunden. What the heck? Das ist cool. Äh... What is that? Nein, ich möchte meine Nahrung nicht verbessern. Construction complete. Aber mehr Einigkeit, das finde ich okay. Okay. ... ... ... ... ... Vielen Dank.